Willkommen zu PazockaTV und heute mit einem weiteren Video und heute wieder mit einem Vlog und zwar heute ist der 22. August, heute ist Tag der Gamescom und ja wir haben jetzt gerade 6.54 Uhr und ich werde mich jetzt auf den Weg machen, denn in ein paar Stunden geht es los und ich will natürlich dabei sein. Und ich würde sagen, Tasche ist gepackt, ich sitze gerade hier noch in meinem Gamingzimmer und ja, es geht auf jeden Fall jetzt los. Ich hoffe ihr seid dabei, wir sehen uns gleich wieder. So, live von der Gamescom, wir haben es endlich geschafft, es sind endlich angekommen. Hier stehen erst mal direkt die Ghostbusters. Wann, die Ghostbusters sind nicht immer vier? Was sind die? Eins und fünf. Die Frau ist einfach nur für die Optik. Achso, die Frau ist die Optik. So sieht's auch. Hier kannst du Super Mario spielen. Oder Pac-Man. Geile Sache. Da kommen Erinnerungen hoch. Ich würde ja sagen, der Rechte hat gewonnen. Danke fürs Musik. Grüß mit Und ich... Bis zum nächsten Mal. 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 Bis zum nächsten Mal.